Mach ich noch einen Zug und dann bin ich auf die stille Örtle. Boom jetzt halb, halb, halb heißt es warten auf meinen geschätzten Kollegen weil irgendwie muss er jetzt mal auf die Strecke zurücklegen und ich weiß nicht ob er eine Würstchen macht oder Pisse, ich weiß irgendwie gar nicht was da ist. Auf dem stillen Örtchen, boom, 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 auf dem stillen Örtchen boom, 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 Guckt sich auch jemand um. Auf dem stillen Örtchen, boom. Na ja, Crashkuss im Kaffee-Tee. So, also, Crashkuss im Kaffee-Tee. Man zeichnet drei Linien, drei darunter, zwei von der Mitte ausgehend, also von den äußersten Linien der oberen Beine rum, dann von unten eine schräg, von oben eine schräg, in der Mitte so einen kleinen unten und oben einen Bogen und dann machen wir unten zu. Und dann hat man, upsala, ein nices S. Falls ihr es dann nochmal nachzeichnen wollt, kann ich euch das dann irgendwann nochmal zeigen. Und ich hab grad das Spielfeld zerstört. Das tut sehr leid. Na ja, dann probieren wir das mal zu retten. Also der war am Häuschen. Der stand so. Und bei dem bin ich mir echt nicht mehr sicher. Wo der stand. Scheiße. Fuck. Aua. Ich juck jetzt gerade. Hm. Alles okay? Ähm, ein, ein, ein Spielstein ist mir umgefallen. Okay. Also ich weiß nicht, wo der stand bei dir. Wo? Zeig mal. Der da. Ich weiß nicht, wo der da stand. Oh Gott. Tun einfach irgendwo hin. Dann machen wir. Da. Ja. So. Gut. Wann ist das passiert? Vorhin. Gerade eben. Ich hab gleich so ein Tutorial gedreht, wie man ein S zeichnet. Wie man ein S zeichnet. Ein S. EZS 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 Eu. EZS EZS EZS